Hey Freunde, ich war in Berlin, wie einige wissen, und ich habe mit Enter Berlin, also den Beat mal, ein wenig gedreht. Im Videospielmuseum war ich unterwegs und dazu haben wir eine kleine Doku gemacht. Schaut einfach mal vorbei, wenn ihr sehen wollt, wie ein Gamer sich draußen verhält. Abonniert diesen Channel auf jeden Fall, wenn ihr auf dem Laufenden sein wollt. Ich werde auch noch ab und zu vertreten sein. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und schaut euch dieses Video an. Verdammte Scheiße.